...einer Täter, eine Frau, als Geisel genommen hat und sich in der Wohnung verschanzt hat. Jetzt einmal... ...bemüht, dass sie möglichst alles absperren in der Gegend. Wenn jetzt die erfolgsversprechende Anzahlungen und alles andere ergebnislos waren, der Täter sich weiterhin verschanzt hält, die Wohnung gesichert ist, Geisel in der Wohnung ist, wird eine günstige Gelegenheit abgewartet. Natürlich sind wir auch mit optischen, akustischen und Teilweise Einrichtungen, die uns gewährleisten, was in der Wohnung drin vorkommt. Und wenn wir jetzt glauben, dass der Moment der richtige ist, um das Leben der Geisel zu werden, was unsere oberste Norm für sogenannte Anzahlung ist, dann gilt das Zeichen zum Zugriff. ... ... ... ... ... ... ... So schnell die Corona-Einsatzort ist, ist sie auch wieder weg. Und sie können euch jedes Tag in der Zeit lesen.